Hallo liebe Goldsucher. Sicherlich denken einige von euch, die meine Videos anschauen, darüber nach, ebenfalls mit der Erstellung von Inhalten auf YouTube zu beginnen, möchten jedoch nicht sofort in teure Ausrüstung investieren und sich in alle Details der Videoproduktion vertiefen. Es scheint, ich habe eine Lösung für euch gefunden. Das Unternehmen Deep Brain trat vor einigen Jahren mit einem ehrgeizigen Ziel auf den Markt, künstliche Intelligenz wirklich nützlich für die Menschen zu machen. Ihre Philosophie besteht darin, dass Technologien Menschen nicht ersetzen, sondern ihnen vielmehr helfen sollten, ihr Potenzial zu entfalten. Die Gründer von Deep Brain waren sich bewusst, dass viele Branchen bis heute Schwierigkeiten bei der Implementierung von KI haben. Deshalb beschlossen sie, sich auf die Entwicklung praktischer Lösungen für das Geschäft auf Basis von menschenzentrierter KI zu konzentrieren. In den Jahren ihrer Tätigkeit hat das Deep Brain Team umfangreiche Erfahrungen bei der Implementierung von KI in den Bereichen Finanzen, Einzelhandel, Medien und anderen gesammelt. Sie helfen Unternehmen zu verstehen, wie genau KI-Technologien Geschäftsprozesse verbessern und die Effizienz steigern können. Eines der jüngsten Projekte von Deep Brain ist ein virtueller Assistent für den Kundensupport, der in der Lage ist, auf typische Nutzerfragen zu antworten. Dies spart den Live-Operatoren Zeit und ermöglicht es ihnen, sich auf komplexere Fälle zu konzentrieren. Insgesamt zeigt die Brain ein hervorragendes Beispiel dafür, wie KI nicht nur routinemäßige Aufgaben automatisieren, sondern auch menschliche Fähigkeiten verstärken kann. Ihre Technologien helfen tatsächlich Menschen und Unternehmen besser zu werden. Wie viele von Ihnen wahrscheinlich bemerkt haben, scheint jetzt eine günstige Zeit zu sein, um Erfahrungen im Handel mit Kryptowährungen zu sammeln. Ja, ich meine die Trends eines vollwertigen Bohnenmarktes. Wir betrachten vier Schlüsselfaktoren, die den Markt beeinflussen. Bitcoin-Trends, die Haltung der Regierung, einzigartige Vorteile von Kryptowährungen und der Einfluss sich entwickelnde Technologien. Natürlich kann man nicht eindeutig sprechen und es ist ziemlich kompliziert, jeden dieser Faktoren gründlich zu analysieren. Aber wenn man einige allgemeine Tendenzen betrachtet, einschließlich des allmählichen und sicheren Wachstums von Bitcoin, kann man folgern, dass uns im Jahr 2024 ähnlich ein vollwertiger Bohnenmarkt erwartet. Fühlen Sie schon die Aufregung? Wenn Sie ein Neuling in Kryptowährungen sind oder Ihren Gewinn maximieren möchten, ist jetzt die beste Zeit. Aber hier ist das Geheimnis. Die Wahl der richtigen Börse ist entscheidend. Und wissen Sie was? Ich habe eine Empfehlung für Sie. Ich bin schon lange im Spiel und wenn es um Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit für Anfänger geht, gibt es eine Börse, die sich von den anderen abhebt. CoinEx. Auf meinem Kanal gibt es bereits einige Videos über diese Börse und ihre Abenteuer. Schauen Sie unbedingt rein. CoinEx bereitet sich gerade darauf vor, sein sechsjähriges Bestehen zu feiern. Die Feier ist für alle gedacht. Das CoinEx-Team freut sich über jeden Gast auf Ihrer Party. Daher überschütten Sie treue Nutzer mit Boni und Preisen. Besuchen Sie Ihre offizielle Website und Twitter, um mehr über die speziellen Belohnungen zu erfahren, die speziell für Sie bestimmt sind. CoinEx geht es nicht nur um Jubiläen und Feiern. Wir streben danach, erstklassige Dienstleistungen zu bieten und einen reibungslosen Handel zu gewährleisten. Glauben Sie mir, das ist die bequeme, zuverlässige und vielversprechende Börse, die Sie so lange gesucht haben. Also, worauf warten Sie noch? Der Bullenmarkt klopft an und die Möglichkeiten warten. Handeln Sie jetzt und machen Sie sich bereit für eine unvergessliche Fahrt. Und denken Sie daran, wenn es um Börsen geht, wählen Sie Weise und wählen Sie CoinEx. Und jetzt gehen wir der Reihe nach durch, was Deep Brain zu bieten hat. Früher forderte es Kulissen, Kameras, Beleuchtung und eine Menge anderer Technik, um ein anständiges Video zu drehen. Das ist all das nicht mehr nötig. AI Studios ermöglicht es, in nur drei Schritten ein vollwertiges Video zu erstellen. Zuerst geben wir einfach den Text ein, egal ob ein Drehbuch, einen Artikel oder eine Präsentation, was auch immer. Die Plattform konvertiert diesen Text sofort in Sprache in 80 Sprachen. Dabei kann man aus 100 Stimmen mit verschiedenen Akzenten wählen und sogar den Text auf Fälle mit dem eingebauten JGPT prüfen. Wohl nicht wahr? Ich verstehe, dass Sie wahrscheinlich Deutsch verwenden möchten, aber wie wäre es stattdessen? Im zweiten Schritt wählen wir einen Charakter. Wo mir Janzang wäre so, was ich sage? Ja, ich sage mir, was ich sage? Was ist Spanisch? Okay, lassen Sie Janz auf Deutsch fortfahren. Man kann seinen eigenen virtuellen Klone erstellen, aber dafür muss man sich individuell in das Projektteam wenden und zu ihrem Studio fahren. Oder man kann aus denen wählen, die die Plattform anbietet. Stellen Sie sich vor, diese digitalen Menschen sehen genau wie echte aus, mit allen kleinen Details wie Sommersprossen oder Mimik. Die Ähnlichkeit beträgt mehr als 96%. Und sie bewegen sich absolut menschlich. Sie winken mit den Armen, gehen, tanzen. Dabei sind alle Bewegungen perfekt mit der Sprache synchronisiert. Keine Robotik, voller Realismus. Außerdem können diese Avatare Gespräche ohne Verzögerungen führen, Fragen und Witze sofort verstehen. So kann man mit ihnen über jedes Thema plaudern. Also wir wählen einen Avatar, fügen Grafiken, Intros, Musik hinzu und voila, ein professionelles Video, buchstäblich in Minuten fertig. Dabei spart die Plattform bis zu 80% an Zeit und Geld in Vergleich zu traditionellen Videoproduktionen. Sie können dieses Wunder völlig kostenlos ausprobieren. Überzeugen Sie sich selbst, dass diese Plattform in Ihrer Magie dem berühmten Hogwarts in nichts nachsteht. Wenn Sie also ein großartiges Video machen müssen, sollten Sie sich definitiv an Deep Brain wenden und nicht an Harry Potter. Aber sobald Sie davon überzeugt sind, erwartet Sie eine kleine Stolperfalle. Ja, im modernen Realleben wird wenig gutes, dauerhaft kostenlos angeboten. Und solche Wunder sind hier keine Ausnahme. Um das Maximum an Magie zu erleben, müssen Sie ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen. Hier sind die drei Optionen für IE Studios. Die erste Starter für 24 Dollar pro Monat. Hier bekommen wir 10 Minuten an Videos, bis zu 6 Szenen in einem Video, mehr als 100 KI-Avatare, mehr als 80 Sprachen und 100 Stimmen für die Sprachausgabe, sowie kein Wasserzeichen. Ideal für Anfänger und kleinere Projekte. Der zweite Plant Pro für 90 Dollar pro Monat. Hier erhalten Sie alle Vorteile des vorherigen Tarifs, bloß bereits 90 Minuten an Videos, sowie die Möglichkeit einer priorisierten Bearbeitung und Zugang zu verschiedenen APIs für erweiterte Einstellungen. Für Medienunternehmen und YouTuber sehr cool. Und schließlich der Enterprise Plan. Hier wird alles individuell besprochen. Ihr eignet für große Projekte, die schnell viel Videoinhalte benötigen. Die Erstellung von Videos mit einem künstlichen Avatar ist bei weitem nicht die einzige Funktion, die die Plattform bietet. Schauen Sie sich diese Liste an. Es passt sogar nicht vollständig auf den Bildschirm. Ein Video aus einem Artikel erstellen, indem man der Plattform einfach einen Link zu diesem Artikel füttert? Kein Problem. Ein interessantes Video aus einer einfachen PDF-Präsentation machen? Mit ein paar Klicks erledigt. Es gibt Werkzeuge für praktisch jede Aufgabe, die mit der Videoproduktion zusammenhängt. Und das Coolste ist natürlich die bereits erwähnte Integration von ChatGPT direkt in die Plattform. Ich denke, es ist nicht nötig, über die Möglichkeiten dieses neuronalen Netzwerks zu sprechen. Und Sie werden auch in der Lage sein, sein gesamtes Potenzial für die Erstellung Ihrer Videos zu nutzen. Nun, vielleicht kann ich bald Ihren Review über ein interessantes Projekt sehen. Schreiben Sie in den Kommentaren, worüber Sie jetzt Ihren ersten Clip machen werden. Und das war ihr mit euch. Bye, bye.